Nein, 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 B wird entschärft. B wird entschärft. Nein. B wird nicht entschärft. Doch. Ich sprinte. Ich sprinte. Ich schaffe es noch. Nein, ich bin tot. Nein. Das gibt es doch nicht. Scheiße, ey. Das war so gut wie gewonnen. Was ist jetzt hier schief? Ja, weiß ich nicht. Mann. Das lag einfach an Rossi. Das war so gut wie gewonnen. Boah, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Jetzt werde ich snipen. Jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich einen Hass bekommen. Jetzt habe ich so einen Hals. Einen Hals hat er. Wie ein Lama. Ne, ohne Witz. Jetzt wird ihr von mir sowas von Hardcore penetiert mit dem Sniper. Das glaubt er gar nicht. Was bist du schon wieder? Du penetrierst mich doch gerade, oder? Ne, die Gegner nicht. Aber ich will doch auch penetriert werden. Willst du auch? Ne, ne, ich habe hier eine Mikropenis. Passt nichts. Ach, komm du. Hansi. Hansi Stinky. Hansi Stinky. Also wirklich, von Säule getötet zu werden, das ist wirklich, das ist peinlich, oder? Von einem Hansi Stinky. Irgendwie schon. Da kann ich jetzt auch echt nichts gegen sagen. Das ist wirklich Humiliation, würde man sagen, ne? Ja. Oh, hier wird gelegt. Ich höre es. A wurde gelegt. Schon wieder gelegt. Wollt ihr mich verarschen? Hier sind die liegen überall. Oh. Was sind denn du? Machen eine häufig nach dem anderen, ne? Und wir müssen dann die Scheiße wegdäumen. Da hinten ist so ein Kack. Ist das ein Geschütz? Das ist ein Geschütz? Ja, da ist ein Amtrak. Oder irgendwas ist da. Wir haben Alfa, die Schmeißen. Sorge mal. Wir waren doch so gut am Anfang. Das läuft jetzt hier schief. Ich weiß auch nicht. Wo ist die Moral? Die haben alle schon Feierabend gemacht hier, glaube ich. Und ich dachte, wir gewinnen eh. Wir machen jetzt nichts mehr. Und dann? Dieses Fahrzeug. Irgendwer will auf mich snipen. Irgendwer will meinen Kopf. Ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Gut, jetzt wird es... Und auch Hansi Stinky. Hansi Stinky hatte ich erledigt. Das ist schön. Traurig. Mensch, dann habe ich jetzt seit langem... Nehme ich jetzt mal wieder den Pionier. Um dieses Fahrzeug da mal wegzubumpsen. Ich hätte ihn zweimal getroffen. Aber nein, da muss der Türrahmen im Weg sein. Und da schieß ich genau zweimal drauf. Auf den blöden Türrahmen. Auf den blöden Türrahmen. Wo ist denn das Fahrzeug jetzt hin? Oh Mann. Pass doch auf, Snoopy, wo du deine Granaten hinschmeißt. Kann doch nicht sein. Snoopy Doggy? Oh, das war Snoopy Doggy. Das Fahrzeug ist doch gerade hier reingefahren. Wie bescheuert. Ist das wieder ein Geschütz? Ich weiß nicht. Ich habe gedacht, das wäre so ein... Ja, das ist ein Geschütz. Und da ist Hansi Stinky wieder drin. Alter, Hansi Stinky. Du bist ein Wahnsinn, Hansi. Ach, man kriegt ja trotzdem einen Sichtungsbonus. Ach so? Das ist ja praktisch. Dann markiere ich trotzdem. Squad-Sichtungsbonus 50. 50. Jawohl. So, wir haben ja nichts mehr. Dann nehmen wir einfach mal wieder hier... So. Muss jetzt mal hier was freischalten für die Waffe. Also, ein Sniper mit Schneeper läuft's. Das ist auch recht simpel hier auf dieser Map, muss ich sagen. Also, relativ. Ich habe da auch schon einige getötet mit... Das wieder... Jetzt kommt natürlich wieder das doofe Fahrzeug, ey. Das ist doch nicht zu fassen. Aber die ist sonst nichts können. Jetzt, wo ich... Oh Mann. Oh, ich war doch im Säck, Hansi Stinky. Ah. Nee! Der war doch mir versprochen. Ne? Jawohl! Ich habe einen gegnerischen Schnaiper... Nein! Hör auf! Habe ich schön erwischt. Obwohl ich mir zuerst dachte, ich habe zu niedlich gezielt, aber ich habe voll in die Eier geschossen, wie es aussieht. Oh, das... So ein gut. So ein tödlicher Schuss durch die Eier ins Gehirn. Das kannst du bei Sniperly, da kannst du in die Eier schießen mit Animieren. Hier ist jetzt wieder das Fahrzeug unterwegs. Wo ist es denn genau? Also Kopfschüsse waren gestern, ne? Heutzutage gibt es Eierschüsse. Ja. Ach, komm doch, du Schwein, du. Die erschießen mich um Sektor. Oder bin ich einfach nur viel zu fett? Mann, ich habe sie mir in den Arsch geschossen. Das ist sehr gut. Nein! Oh, nein, oh, nein, oh. Immer dieser Hansi-Stinky, ey. Ja, der Hansi-Stinky, der ist brutal. So, meine Kamera hat sich verabschiedet, aber ist ja wurscht. Jetzt seid ihr von meiner Presse erlöst, ne? Schon wieder Hansi-Stinky. Alter, dieser Hansi-Stinky. Der ist auch auf dem ersten Platz, ey. Der hat einen 250-14, dieser Hansi-Stinky. Das kann irgendwie nicht sein. Das sind Cheater. Alles Cheater. Oh, Mann. Schon wieder der Hansi-Stinky. Immer dieser Hansi-Stinky. Meine Fresse. Der Hansi-Stinky, der ist brutal, ey. Der stinkt. Der stinkt, der stinkt. Nach Bauernhof. Oh, oh. Gesundheit. Ich kam leider nicht mehr zum Newton. Kein Problem, ist doch kein Problem. Wer entschärft? Niemand. Keiner. Nee! Na, dann geht's wenigstens schneller vorbei. Wo war denn der? Hä? Wo war denn der? War ich so tief gezielt oder zu hoch? Hm. Ach, komisch schon. Ich wollte gerade einen Counterknife machen, weil ich erschossen. Budax hat sich selbst getötet mit der Claymore, Alter. Da kann's. Ah, ja, jetzt sind wir hier. Hier wird Team Deathmatch gespült in Domination. Das weiß ich noch. Okay. Oh, aber von da kann man die gut aufhalten mit dem Sniper, Alter. Ja, das glaube ich auch. Ich muss mich selber töten. So. Um als Sniper reinzugehen. Ja. Ich sterbe für mein Land. Jawohl. Zumindest kann ich mich töten selber. Und jetzt kommt irgend so ein Lappender und er lebt nicht wieder oder so. Das wär's. Mist, von hier aus geht's nicht. Kommt man da irgendwie auf das Dach drauf? Ich glaube nicht. Aber warte, wir können hier ein Spawnbeagle legen und dann mit dem Spawnbeagle reinigen. Stimmt. Man muss natürlich ein wenig finderisch sein. Aber man kann drinnen hochlaufen. Also, ich muss schon sagen, das sieht schon alles sehr aufwendig aus hier. Das ist schon recht schön gemacht. Tatsache, man kommt sogar nach oben aufs Dach. Ja. Da geh ich jetzt auch hinunter, weil ich vor oben runtersnipen. Die werden da nicht durchkommen, wirst du sehen. Und ich bin der klassischste Sniper auf der Welt. Oh, jetzt kommen sie mit Mörse. Hört auf, Freunde, hört auf. Yes. Das spielt scheiß Musik, ey. Dammit. Sauber. Wunderbar. Oh, da ist noch ein Sniper. Oh, du Sau. Da hat mich. Jetzt habe ich zu lange geteilt. Jetzt habe ich zu lange geteilt. Die tünden schon. Da ist er drüben. Da ist er drüben. Ich bin tot. Du bist vor mir gestorben. Leider. Da, 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 da. Ich habe schon wieder deine ganzen Flüssigkeiten im Gesicht. Oh, Mann. Ich habe dich vom Butterkeks getötet. Von Butterkeks? Ja. Mit einem 3 und X. Butterkeks. Hallo, ich bin der Butterkeks. Oh, der Hansi Stinky schon wieder. Ich hasse dich. Hör auf, dein scheiß Dreibein aufzustellen. Mann, ich hasse dich. Ich muss dieses Kackding abbauen. Dreibein ist echt so ein überflüssiges. Dreibein? Zweibein. Dreibein, das finde ich. Dreibein, ja. Das ist ein geheimer, inniger Wunsch, um das Bein zu haben, oder? Ja, ja. Warum nicht? Ich hätte gerne noch einen sechsten Finger. Oh, nee. Ich höre auf, jetzt ist ein Snapendit. Macht irgendwie keinen Spaß. Ich treffe einfach nichts. Wobei wir jetzt nochmal ein anderes machen, war? Die kommen ja auch nicht rüber. Also, ich hole ein paar. Ich nicht. Obwohl, einer ist jetzt hier oben auf dem Dach. Das hat mich von der Seite begeholt. Da ist der irgendwie hoch. Ich weiß es nicht, warum. Nee, aber der ist da irgendwie hinauf. Hat gezündet, die Sau. Mann, das Snapendit hat gerade so Spaß gemacht. Alter, was ist denn das? Ich werde immer, ich sehe immer keinen und dann plötzlich bin ich tot. Wie komme ich denn da jetzt hin, Alter? Da war nur einer. Das war nur einer. Ja. Ich habe ihn getötet und kann ihn schärfen. Ich bin Wahnsinn. Ich bin ein Held. Ich bin ein wahrer Held. Gebt mir einen Orden. Dann werde ich mir dann einfühlen. In meine Kisten. Wie hoch muss ich denn erzielen, ey? Ich sehe da einen Kopf. Und Headshot. Das war ein schöner Headshot, muss ich sagen. Man sollte sich hier selber nicht loben, aber da muss ich mir selber auf die Schulter klopfen. Hört auf damit. So, ich komme wieder. Aber wir verteidigen gut. Wir verteidigen nur noch 110 Tickets. Nur noch 110. Ja, ja. Das schaffen wir, oder? Was sagst du? Möglich. Kriegen wir das nicht? Wir kriegen das nicht. Warte, ich muss jetzt mein Spawnpicken hier oben hinstellen, weil Alter, wie hoch muss ich denn da zielen? Ich flipp aus. So, jetzt aber. Jetzt aber. Das tut. Der Hansi Stinky. Der Hansi Stinky snipet jetzt auch. Was? Nee. Na toll. Aber wir werden uns. Wir werden uns. Das ist wichtig. Kommt da nicht rein. Die kommen da nicht hinein. Das kannst du sein. Was ist denn da los, ey? Die müssten eigentlich einfach nur mal so richtig schön durchrushen. Weil es alle auf einen Haufen. Ja. Und dann haben sie uns. Ja. Wenn die auf Distanz bleiben, dann haben sie keine Chance. Oh, nee, ey. Das ist doch jetzt. Ich renne jetzt durch. Mir ist das Latte. Ich habe keinen Bock mehr auf die Kack-Snaperei. Oh, nee. Oh. Dieser Hansi Stinky, von dem werde ich heute träumen. Da hat ein 74. 21. Jetzt geht's los, ey. Er cheatet. Ah, jetzt bist du aus dem Dacken gekommen. Ja. Durch die TS-Verzögerung. Das hier wird eine lange Runde, du. Das ist locker bei 30 Minuten. Ja. Ach man, ich schaue nicht mehr raus aus diesem Fenster. Das bringt sich nichts. Da wirst du ja noch mal ein Sniper, na was ist los? Ey willst du mich f... Born und tot? Oder was? Ne aber ich hab dem voll ins Gesicht geschossen und er ist nicht gestorben Und was hast du denn ins Gesicht geschossen ist die Frage Dann haben sie doch gezündet Ja Ach, das sind sicher nur ein oder zwei oder so Warum geht da keiner hin? Ich weiss nicht Wissen sie nicht wie man da hinkommt oder was? Sieht ein bisschen so aus Ja, geht hoch Tja, und jetzt haben wir die Musik Ah, der hat mich auch gerüttet, dieser The one you fear I don't fear him, I hate him Kommt er raus? Ich weiss, dass du da bist Okay, er will nicht raus Na mann Obwohl ich so scheiße bin Nicht der Da kann was nicht stimmen Ah gut, ich hab die ganze Zeit wiederbelebt Ja, was Das hat mich rausgerissen, ne? Oh! Was ist denn jetzt passiert mit mir? Wat, wo, wat? Ich weiss nicht wie ich grad gestorben bin Ich bin schon umgelogen Okay, ist dann komm mal, ist klar Hossa Oh, die legen Wat? Nein Alter Jot, Jot, verdammt Wie kann denn es sein? Ey, der steht zwei Meter vor mir, ich baller mein ganzes Magazin raus und der stirbt nicht? Das ist strange Diffuset Yes Diffuset Diffuset Aber die kommen schon besser durch, muss man sagen leider Das ist nicht schön Hier sind doch so viele Leute von mir, wie kann ich denn gemessert werden? Wie ist sowas immer möglich, ey? Ah, der Gegner ist Gerade Verschwunden vor mir, wie geht das? Er hätte ich mal leider gestorben, ne? Von hinten? Oh Der Hansi Stinkler hat mich 13 mal erwischt und nicht ihn dreimal Ich bin ausgeglichen, oder? Ich bin komplett auf der anderen Seite, ey Ich glaube wir gewinnen noch Wir gewinnen noch? Mhm 48 Tickets meinst du, kriegen wir noch weg? Ja Ich nehme immer schön einen mit Ich bleibe dann zwar auch, aber ich weiß auch Super, was war jetzt? Na toll Die sind bei meinem Spawn-Bake gewesen Hä? Das sind die Arschlöcher Nein, ey Wieso werde ich jetzt ständig geteam-killed? Kann ich irgendwie punishen? Nein Hm Jetzt habe ich auch noch die Ami-Tastatur wieder an Boah Den habe ich jetzt sowas und überrascht So jetzt aber, komm, das schaffen wir noch Hast du die Hose runtergezogen, ne? Ich konnte seinen Augen nicht glauben, was er da gesehen hat Nämlich nichts Oh, gut angeholt Sehr schön, wir räumen aber jetzt gut auf Ja, ja Mir gefällt dir die ARR 160 Ja bisher, ich habe noch nichts dafür Deswegen kann, ich komme damit gerade noch nicht so richtig klar Keine Aufsätze und so Das ist immer ein bisschen schwierig Für mich zumindest Leuchtet halt das Coyote oder Cobra wie ihr seht Dann ist schön Ja Kommt ein Cobra noch besser klar Ah, Cobra ist cool Coyote ist mir dann fast ein bisschen zu groß Ich bin zufrieden, solange ich immer einen mitnehme und dann sterbe, ist mir das egal So wenigstens kann ich lieber mal 26, 25, 24 Die sterben wie die fliegen, das ist super Wirst du sehen, dann haben wir vielleicht nur 5 Tickets oder so, dann entschärft einer und dann imprieren wir Zündet einer und keinen entschärft, das wirst du sehen Das ist Ne Klaffen das Klaffen das Klaffen das Snipe auf dem Gebäude gegenüber Ja, hab ich jetzt entdeckt erst Und, äh, was, 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 ähm Au Wer schießt und warum Das ist die Entdeckung, sagst du Yeah, baby Okay Ich sollte wirklich nur noch snipen Habe ich ja bei Battlefield 3 nur gemacht, aber nur Sniper Oh fuck, da unten sind so viele Da unten sind so viele Was, echt? Nein, und ich verkack die Granate Da geh ich jetzt aber nochmal hinein durch Zack Wie viele Leute hab ich, drei Leute hab ich getötet Wunderbar Vier sogar Ja Das ist da oben rechts, Alter Das war... Ich hab alle vier letzten Teams gemacht Sehr nice Sehr schön Wir sind doch Wahnsinn Wir sind einfach Unglaublich Ja, wir haben gewonnen, nur weil wir dabei waren Nur deswegen Ja, absolut Ohne uns hätten die verloren Definitiv Ui, ich hab viele Punkte Krieg ich den 105er-Rang noch hinten? Ne, das wird nichts Nicht mal ansatzweise, schade Naja Na ja Dann beim nächsten Mal vielleicht Beim nächsten Mal gewinnen wir auch wieder Natürlich, logisch Bis dann und Tschüss Tschüss Ich habe eine Nach